Moin liebe Clou-Freunde! Wir haben ja gestern das Getriebe von dem Martin gemacht. Das haben wir ja auch relativ schnell fix fertig gekriegt. Drei Mann, drei Ecken, würde ich mal sagen. Also wir waren relativ schnell durch und dementsprechend haben wir heute auch ein bisschen slowly Pause. Das Wetter spielt leider noch nicht ganz so wirklich mit an dem heutigen Tag, sonst hätten wir noch was an der Norm. Dem ist aber leider nicht so. Aber ja, ich meine, überall denke ich mal, wird das Wetter genauso sein wie hier bei uns im Norden auch. Ja, da haben wir uns gedacht, wir schmeißen wir heute den Grill an. Nur die härtesten Griller kommen aus dem Norden und deswegen werden wir heute mal Nord Grillen machen. Der Grill, der läuft natürlich in der Werkstatt, weil da ist trocken. Die beiden Star-Griller sind schon voll dabei. Läuft, oder? Daumen hoch, jawohl, läuft. Das hagelt es gerade mal. Die Mädels sind drin. Die warten darauf. Guck mal, da kommt schon Ali. Und Ali geht auch ganz schnell wieder rein. Und dann sind die anderen Mädels. Also wir machen heute Grillingabend. Hallo, guck mal, alle sind da, ist das schön. Und wir werden hier drin aber essen. Oh, Ali, Entschuldigung. Oh, guck mal, das war, das war, das war, das war der Kleine, der Kleine von Frank. Ja, komm mal mit, komm mal mit, komm, 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 komm. Und das hagelt hier. Alter, geil. Leute, ist das schön. So ist das toll. Guck mal, Abo, Abo ist da. Abo hat Papa gefunden. Alles schön. So, liebe Freunde, liebe Clou-Freunde, so machen wir unser Wochenende doch einigermaßen schön. Und, ja, ich denke mal, wir warten mal auf die nächsten Monate, dass das Wetter wieder sonniger wird und dann läuft es. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag. Macht das Beste draus. Bis demnächst. Tschüss, tschüss.